Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac after videos. In der letzten Folge haben wir mal wieder Random gemacht, haben wieder Isaac bekommen, komischerweise, haben wieder The Hasch nicht besiegt und deswegen war heute wieder eine Challenge, immer abwechselnd, das ist glaube ich ganz gut und es wurde sich als einzige Challenge gewünscht von denen, die noch übrig sind, außer halt die, die ich schon gemacht habe, wurde sich gewünscht Blue Bomber, also machen wir Blue Bomber, die Nummer 23, oh 23, das ist ja genau in einem Monat, ne gar nicht, das ist 24 heute, verdammt, in einem Monat ist Weihnachten Leute, wow, und in weniger als einem Monat habe ich schon Geburtstag, oh da bin ich alt, geil, okay, egal, so, Blue Bomber ist auf jeden Fall, wir sind das Blue Baby, haben drei blaue Herzen, dazu haben wir noch Brother Bobby, weil Brother Bobby ist blau und Sister Maggie ist rot, das weiß ich jetzt dank der letzten Folge, außerdem grinsen wir ganz nett und wir sind ein Suizid Bomber, das heißt, wir gehören eigentlich zur IS, aber wir können nicht sterben, weil, ja, wir haben halt noch Pyromaniac dabei, was uns eigentlich heilen würde, wenn wir denn rote Herzen hätten, haben wir aber nicht, ist ein bisschen blöd, das heißt aber, dass wenn wir irgendein Item finden, das uns mit roten Herzen wiederbelebt, dann sind wir eigentlich OP, also so, Gabis, Gabis neuen Lebensitem oder irgendwas anderes halt, was uns Leben gibt, und sonst haben wir noch Mr. Mega, das heißt, unsere Bomben machen ein bisschen mehr Schaden und sind auch ein bisschen größer und die Aufgabe ist es dann einfach, die ganzen Gegner so zu vernichten, toll, oder? Können wir hier alles aufsprengen, können sogar wirklich alles, alles aufsprengen, sogar, sogar diese blöden Steine, die wir gar nicht brauchen. So, und hier ist auch schon der Boss, aber das ist mir gerade ein bisschen zu früh, ich spreng hier trotzdem nochmal alles auf, guck mal, hat sich gelohnt, haben wir Geld bekommen, da es eine Challenge ist, ähm, gibt es natürlich Shops, aber keine goldenen Räume, das ist ja fast in jeder Challenge so, Talent, und ja, das ist das eigentlich von dieser Challenge her, finde ich eigentlich ganz cool, also man ist schön stark und kann einfach alles vernichten, indem man sich selber in die Luft sprengt, aber macht das nicht zu Hause nach, das ist nicht cool, und auch nicht in irgendeinem anderen Land oder so, ach Gott, ach stimmt, wir können auch nach den ganzen Geheimräumen suchen, guck mal, das habe ich ganz vergessen, gut, dass ich den per Zufall bekommen habe, wow, Bomben, das brauchen wir auf jeden Fall nicht, so, aber Geld ist immer ganz schön, kommen wir sogar kostenlos in den Shop hier rein und kriegen hier eine goldene Kiste, die wir uns nicht leisten können, leider, aber an sich hätte ich die wirklich gerne mitgenommen, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo Geld, guck mal, da haben wir schon mal eine Hütze und ein blaues Herz, das ist perfekt, Ende der Challenge ist allerdings bei Satan, wenn er mich nicht alles irrt, und das bedeutet, dass hier erstmal ganz viele Herzen liegen, äh, das bedeutet, umkehrschluss, dass wir, ach nee, Satan ist gar nicht mehr so schlimm, weil wir Pyromaniac haben, was schlimm werden wird, ist It Lives, It Lives wird ein bisschen kacke, und, ja, Satan nicht, Satan eigentlich nicht, nur die ersten beiden Formen, so, machen wir mal auf, mit der Hoffnung, dass da Geld drin ist, perfekt, dann nehmen wir mal eben die goldene Kiste mit, auch wenn ich gar keine Ahnung habe, was sie macht, ich hoffe, es ist kein, Double Dioff, ach fuck, das ist, nein, das ist echt die Kiste, die Dingens immer dabei hat, scheinbar, äh, die Lilis von Anfang an dabei hat, okay, ich dachte, die hätte eine andere Farbe, ich dachte, die, die wäre gräulich oder so, dachte ich, naja, okay, wissen wir das auch bescheid, ja, wir dürfen unser Space Item ja nicht ändern, sonst haben wir keinen Schaden mehr, oh Gott, dann würden wir quasi unser, unser Schaden Item weggeben, das können wir nicht machen, dafür kriegen wir jetzt aber noch einen Ball of Bandages, mit dem wir auch Schaden machen können, ist ganz schön, und ich glaube, diese Challenge wird nicht allzu lange dauern, aber wir schauen erstmal, ach so, ich habe vergessen, dass man freischaltet, äh, und zwar, schaltet man frei Sachen, und zwar, tolle Sachen, ja, das schaltet man frei, und das möchte ich gerne haben, weil tolle Sachen sind, glaube ich, toll, und deswegen will ich das haben, ja, nein, also man, man schaltet frei eine goldene Bombe, passend zur Challenge natürlich, weil man hier ja auch alles explodieren lässt, äh, und diese goldene Bombe, die funktioniert einfach genauso wie ein goldener Schlüssel, man hat also quasi für die gesamte Ebene dann unendlich Bomben, wie beim goldenen Schlüssel, dass man halt unendlich Schlüssel hat für die ganze Ebene, hat man da dann unendlich Bomben, toll, oder? Finde ich eigentlich ganz cool, kann man dann halt mal so finden, statt, statt einer grauen Bombe, findet man dann einfach nur, eine goldene Bombe, dann kann man in der ganzen Ebene nach einem Geheimraum suchen zumindest, und alles aufsprengen, so wie wir es gerade machen, toll, oder? Finde ich nämlich auch. So, ich glaube, wir behalten erstmal die Bomben, die wir dabei haben, aus dem einfachen Grund, dass wir damit natürlich dann besser gegen Mutters Herz oder sowas kämpfen könnten. Dann können wir die Bomben da einfach hinschieben, und dann stirbt die, dann stirbt die jäberlich, und dann lachen wir, und dann lachen wir sie aus, machen wir dann. Und dann freuen wir uns, und dann sind alle glücklich. Oh, hi, na? Ein Automat, nee, danke, eine Pile, nee, danke, ach, egal, ist nur ein blaues Herz, ist egal. Na ja, na ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist mir das gar nicht egal. Aua. Vor allem, wir werden gleich höchstwahrscheinlich drei, drei blaue Herzen ausgeben müssen für den Devil Deal. Obwohl, was will ich denn aus dem Devil Deal mithaben, wenn wir sowieso nicht schießen können? Huh. Das ist eine sehr gute Frage. Und die nächste Frage, die ich dann hätte, ist, ob Kamikaze überhaupt in unserem Schaden skaliert. An sich bräuchten wir irgendwelche Bomben-Effekte, ne? Das wäre, glaube ich, das Beste. Weil diese Bomben-Effekte gehen ja, glaube ich, da mit rein. In Kamikaze. Na ja, guck mal, da haben wir unser Geld bekommen. Jetzt können wir uns hier schöne Sachen kaufen. Ich mag schöne Sachen. Schöne Sachen sind toll. Wir nehmen natürlich das Option mit, weil alles andere blöd ist. Der Options ist das Item. Das Item der Wahl. Oh Gott. Aua. Toll. Jetzt kann ich mir nicht mehr den Devil die leisten. Und ich kriege ihn nicht mal. Ähm, ist die Frage, was mehr bringt. Da ist halt alles mögliche drin. Kann aber sein, dass da ein rotes Herz rauskommt. Und hier kriegen wir auf jeden Fall ein blaues. Ich nehme das Breakfast mit. Haben wir mal was zu essen. Ahem. Yeah, wir sind schon im Caves und wir sind wieder der Fragenzeichen, man. Das gefällt mir. Wir können theoretisch uns einfach aus jedem Raum rausspringen. Wenn da nichts cooles drin ist. Habe ich gerade so mitbekommen. Was sind das für komische Scheißhaufnahmen? Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, böse. Aus. Nein, au. Du blödes Viech. Warum sind die Scheißhaufnahmen in der Mitte schwarz? Was machen die? Was machen die? Das weiß wieder keiner, hä? Ne, da ist nicht mal was drin. Warum sind die schwarz? Ich verstehe es nicht. Dieses Spiel verwirrt mich. Ja. Habe ich die auch bekommen. Ah, nee, nicht wehtun. Nicht wehtun. Okay, easy peasy. Haben wir hier wieder gar nichts. Wollen wir in den Shop? Eigentlich haben wir ja genug Geld dafür und wir kriegen auch andauernd hier zu viel Geld. Da ist kein Geheimraum. Aber wir suchen auch ja, komm. Wir gehen in den Shop, wir suchen auch noch den Geheimraum. Wir machen einfach alles. Danke. Was haben wir hier? Die, die will ich, die wollte ich schon immer mal haben. Ich glaube, ich habe die noch nie mitgenommen, oder? Und aus jetzt wäre natürlich auch gut. Am besten wäre natürlich beides irgendwie. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ob wir genug Geld hier irgendwie finden. Wäre eigentlich ganz nett. Das ist auch kein Geheimraum. Oh Gott, Geheimraum, wo bist du? Geheimraum, ich vermisse dich. da bist du. Zeig dich doch. Sonst bin ich hier so alleine. Bup. 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 Der ist wahrscheinlich da unten, wo das das ist so hässlich. Oh Gott, wo das eine rote Herz liegt. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ach Gott, oh Gott. Ich weh tut. Weh tut, tut weh. Ach. So. Eine, oh, Double Active. Fragezeichencard. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich verhalte es erst mal, bis wir irgendwie ein Item bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach so, Gift kann mich trotzdem verletzen. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir nur noch zwei Leben. Wenn ich da reingehe, dann haben wir nur noch ein Leben. Deswegen lasse ich das mal lieber. Gut, danke. Eine Münze. Okay, fehlen nur noch drei Münzen. Machen wir auf jeden Fall. Geilo. Goathead. Können wir auf jeden Fall immer in den Devil Room. Da, 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 Devil Room. Das ist auch ganz nett. Oh, guck mal, die sterben sogar mit einem hinten. Nee, doch nicht. Aber der, aber der eben. Hä, machen wir mehr Schaden, umso näher wir an den Gegnern dran sind oder oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wann? Wir haben übrigens nur noch ein Leben. Das ist nicht so geil. So. Noch eine Münze. Uns fehlt immer noch eine Münze. Geheim Raum. Geheim Raum. Kein, kein Geheim Raum. Irgendwo sind hier Geheimräume. Mann und Mann öde. Haben wir da oben nachgeguckt, ob da der Geheimraum ist? Die, die, die. Da kann er gar nicht sein. Okay, alles klar. Schade aber auch. Dann kann er. Eigentlich nur da sein, wo das eine rote Herz ist oder hier links. Bitte, tu mir nicht weh. Das wäre ganz schön. Danke. Eh. 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 Oh, okay. Wenigstens eine Münze. Haben wir unsere 15 Münzen und können uns diese komische Spinne holen. Diese Spider. Diese Spider-Spinne, ja. Diese Spider-Spinne. Mann, Mann, Mann. Immer diese Spider-Spinne. Wo war denn der Shop? Da unten. Okay. Verwirrtes, kleines Dizzy-Line. Oh, Mann. Und der Geheimraum müsste dann da sein. Genau. Wieder nur rote Herzen. Am besten wäre irgendwie dieser Bettler. Dieser eine. Wisst ihr, dieser eine Bettler? Ja, ich nehme Mod-Buddy mit. Ah, guck mal. Hatten wir noch nie. Und ich würde gerne wissen... Ach so, die Fragenzeichen-Karte haben wir doch letztes Mal freigeschalten. Die hat irgendeinen Random-Karten-Effekt oder sowas. Oder auch nicht? Ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Oh, shit. Wir haben den noch nicht besiegt. Wieso hat der eine Lebensanzeige? What? The fuck? Wieso hat der eine verdammte Lebens... Ach so, das macht wahrscheinlich unsere Fliege. Ähm, unsere Spinne. Das ist ja cool. Moment, den können wir sogar umgeben. Das ist ja cool. Jetzt sehen wir immer die Leben von den Gegnern. Und wie viel Schaden wir machen. Das gefällt mir doch recht gut. Gut, wir nehmen die Super-Bandage mit. Hat sogar drei Leben gegeben. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, 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 oh. Moment, wir nehmen mit. Sister Maggie nehmen wir mit. Und dann nehmen wir mit Haberdon. Das gibt dann nämlich schwarze Herzen und ein Damage ab und alles. Und wir sehen coole aus, als eben Grin zwar nicht mehr so geil, aber schwarze Leben, hallo. und haben noch einen zweiten Begleiter. Yay. Ich glaube, wenn man ganz viele Begleiter hat, dann gibt es sogar auch nochmal eine Verwandlung. Hä, das ist irgendwie cool, dass man sieht, wie viele Leben die haben. Das ist ja voll witzig. Wollen sehen wir dann halt auch, wie viel Schaden wir machen. Das gefällt mir. Guck mal, wir haben 1200 Schaden gemacht mit einer Bombe. Wow. Wie viel Schaden machen wir an dir? Nur 400? Oh Gott. Wie viel macht die Schaden? 1100. Oh. Okay, wir machen also mit einer normalen Bombe mehr Schaden, als mit unserem Kamikaze-Teil. Interessant zu wissen. So können wir dann auch sehen, was für Sachen uns stärker machen mit diesen Bomben. Das ist cool. Das ist echt cool. Das gefällt mir dann doch echt gut. Das ist doch super cool. Ich mag das. Puh. Ah ja. Guck mal, da kriegt man dann sogar so ein kleines Gefühl dafür, wie viele Leben dann die Gegner alle haben. Finde ich echt. Ganz schnieke. Für 15 Münzen auf jeden Fall gut. Äh, nee. Okay. Hi. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Ach doch, ihr könnt auch Berührungsschaden machen. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Ähm. Da hinten will ich nicht lang. Da verliere ich nämlich garantiert wieder ein Leben. Und ich will kein Leben verlieren, wenn ich ehrlich bin. Hä? Ist der immun gegen Explosionsschaden? Dein Ernst? Dann ist er ja genauso OP wie wir. Oh Gott. Hier darf nichts genauso OP sein wie wir. Das geht nicht. Das ist illegal. Äh. Hier ist einfach gar nichts. Ach, hier waren wir schon drin. Okay. Ich wollte auch eigentlich hier unten rein. Zack. Nein, ey. Wo fliegst du hin? Ich will dich töten. Guck, dass die alle so wenig Leben haben. So, 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 so. Hä? Der kriegt keinen Schaden. Ach man. Töte ich dich halt mit dem Ding hier. Aber das ist ein Bug, oder? Dass er keinen Schaden bekommt. Muss ja sein. Muss, glaube ich, ein Bug sein. So. Da gucken, da gucken. Ich könnte übrigens auch mit meinen beiden, meinen, meinen beiden Geschwistern hier mal angreifen. Mit Brother Bobby und Sister Maggie. Ihr seid endlich wieder vereint. Seid ihr jetzt glücklich? Ich habe euch vereint. Ich hoffe, ihr seid glücklich. So. Hä? Wo war denn dieser komische Raum mit den Dingern drin? Mit den Spuckdingern? Haben wir den jetzt einfach übersprungen? Jetzt bin ich verwirrt. Der war doch irgendwo. Ein Speedup. Okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Oder sind die einfach in einen anderen Raum gegangen, weil wir Curse of the Maze haben? Wahrscheinlich. Aber es sind ja auch... Hä? Es sind doch Gegner, die eigentlich stationär sind. Das ist ja komisch. Alles ist komisch in diesem Spiel. Alles ist komisch. Alles ist komisch in diesen Challenges und in diesem Spiel. Und alles... Oh Gott. Alles tot, meinte ich. Alles tot. Gut. Alles tot. Alles tot. Alles gut. Bum. Bum. Zeig her deinen Hals. Ich möchte ihn sehen. Und dich dann töten. Aber das tut doch weh. Bup. Na, was haben wir hier? Wieso kriegen wir eigentlich die ganze Zeit diese schwarze Kiste? Die voll doof ist. Wir holen uns mal das Herz. Oder holen wir uns doch das. Paralysis. Paralysis. Okay. Egal. Haben wir ein blaues Herz. Ist doch auch was Schönes. Kann man die jetzt eigentlich vernichten irgendwie? Man macht 400 Schaden, aber sie verlieren keine Leben. Ich glaube, das Item ist verpackt, ey. Und die Spinne kann anscheinend noch mehr. Die Spinne kann anscheinend noch paralysieren. So wie ich das gerade gesehen habe. Geheimraum? Kein Geheimraum. Wo ist Geheimraum? Geheimraum? Wo bist du? Ich vermisse dich. Dann muss der ja... Ne, hier unten kann er auch nicht sein. Wo ist der Supergeheimraum? Vielleicht hier? Ach, Tatsache. Okay. Eine schwarze Kiste. Eine rote Kiste meinte ich natürlich. Ja, ich kann schwarz und rot auseinanderhalten. Alles klar. Dann. Hi. Oh, okay. Du kriegst nicht so ganz viel Schaden. Kann das sein? Unsere Bomben machen einfach fast dreimal so viel Schaden wie wir selber. Finde ich. Krass. Oh, fuck. Moment. Lass mich mal an dich ran. Ich muss dich töten. Danke. Äh, Lebensupgrade oder Lebensupgrade mit... Ist eigentlich egal. Hat das nicht noch einen Effekt? Ich nehme mal. Ich nehme mal die Stam Cells mit. Wird schon schief gehen. Da. Nein. Au. Oh, wie machst du Laser? Ach, Gott. Love of coal. Wird uns überhaupt nichts bringen, glaube ich. Eine Deathkarte. Eine High Pricedest-Karte. Und eine Tour of Hearts-Karte. Geilo. Wir nehmen mal die High Pricedest-Karte mit. Noch ein bisschen Geld. Warum nicht? Die Begierde. Miet. Und dann sind wir schon in der 6. Nee. Fünf, zwei, fünf. Nee. In der 15. Ja, ja. In der 15. Ach, Gott. Nee. Nee, nee. Vielleicht am Ende irgendwann. Wenn ich da tatsächlich rein muss. Sonst würde ich gerne versuchen, das irgendwie auszuweichen. Zack. Eine Bombe. Ja, genau. Die brauchen wir. Gut, dass wir die noch gefunden haben. Wow. Ohne Bombe wären wir aufgeschmissen. Die kriegen keinen Schaden durch meine Bomben. Beziehungsweise durch meine Explosionen nicht. Hä? Aber manchmal schon. Manchmal schon. Du, manchmal dich. Alles sehr merkwürdig hier. Robisches Spiel. Ach, verdammt. Money, money, money. Nee. Irgendwie kriege ich gerade eine Erkältung. Merke ich. Irgendwie werde ich gerade ganz schön heiser. Frag mich nicht, warum. Dabei ziehe ich schon immer dicke Jacken an. Ach, Mann. Ich will nicht wieder erkältet sein. War ich schon in diesem Jahr. Brauche ich nicht nochmal. So. Was haben wir da? Wheel of Fortune. Oh. Wow. Können wir auf jeden Fall in die Luft drängen. Jetzt habe ich da einen Münster reingetan, oder? Nee, habe ich doch nicht. Okay, alles gut. Hup. 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 So. Ich hoffe einfach mal, der Boss ist nicht da oben. Das wäre schön, wenn der nicht da oben ist und ich da nicht an diesen komischen Blobdingern vorbei müsste. Da ist er ja, der Boss. Hi, Boss. Wie geht's dir so? Ich habe gerade Geld verloren. Mhm. Hup. Hup. Okay. Au. Du bist ganz schön... Oh Gott. Ja, geil. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. Oh, was ist das denn für ein Scheißboss? Voll mit dem Equipment, das wir haben. Okay, da ist er tot. Was für ein Scheißboss? Habt ihr verstanden? Hehehe. Okay, doch nicht so witzig. Schade. Grüne Spritze ist, glaube ich, nicht so gut. Ich nehme mal... Hey, nehmt hier, es hat mit. Bringt es gar nichts. Die Spritze wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das bringt uns auch alles überhaupt nichts. Ich springe nicht in die Luft. Boom. Deswegen nehme ich auch nichts mit. Tschüss. Eventuell ist hier der Geheimraum oder da. Oder auch ganz woanders. Zum Beispiel da. Ja, perfekt. Mit einem Scheißhaufen. Wow. Okay. Geil. Guter Geheimraum auf jeden Fall. Waren schon im Shop? Wir waren nicht im Shop. Wollen wir in den Shop? Eigentlich wollen wir in den Shop. Eigentlich schon. Ja. So, Hermit. Okay. Ab in den Shop mit uns. Komm, da haben wir die Bibel. Können wir allerdings nicht nutzen. Äh, der Rest ist auch irgendwie nicht so ganz geil. Was haben wir hier für eine Karte? Das ist Sun. Bringt uns auch nicht wirklich was. Das ist alles. Das ist mir eigentlich ein bisschen doof hier. So, dann zieh mich mal ran. Bup. Oh, das war traurig. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht traurig machen. Ich wollte dich nicht traurig stimmen. Wieso sind die hier nicht traurig? Hm. So, es ist Sun oder? Ich glaube, es ist Sun. The Price ist besser gegen einen Gegner. Es ist Sun ist besser gegen viele Gegner. Naja. Dreieinhalb Leben haben wir ja noch. Könnte aber knapp werden. Also, wenn wir Mutters Herz besiegen, dann ist wieder alles gut. Aber davor kann das tatsächlich noch knapp werden. Weil Satan ist ja kein Akt, glaube ich. So. Oh Gott. Oh, schön, du hast ein ganzes Leben abgezogen. Das hast du toll gemacht, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Eher nicht. Ja, komm hier. Nimm die Bombe und sei glücklich damit. So. Bup, 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 bup. Kart Against Humanity wäre noch ganz schön gerade. Weil wir haben dieses schöne Twinket. Ach, fuck. Biete dich wehtun. Dankeschön. Okay, das hat sich nicht so wirklich gelohnt. Schade. Äh, da hinten kommen wir nicht an. Und jetzt? Blöder Raum. Spreng ich mich halt raus. Stimmt, das ist auch noch eine Option. Falls wir so gar keine Leben mehr haben. Können wir uns nochmal rausspringen. So, da ist Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Bitte, bitte, bitte. Schmier mir eine Schnitte. Schnitte, Schnitte, Schnitte. Mutti, Mutti, Mutti. Da komme ich nicht rüber. Aber, ich kann eine Bombe dahin. Eine Bombe dahin. What the fuck? Eine Bombe dahin schieben. Nutze ich halt mich selber als Bombe. Pff. Ja, hoffentlich hat jetzt keine Geheimorganisation mitgehört. So, vielen Dank. Denn, auf jeden Fall. Ein bisschen Geld ist auch immer ganz schön. Aber blaue Herzen fände ich sogar noch besser. Lieber, Auto, Mat. Gib mir, bitte, bitte. Nee. Irg. Was will ich denn mit 99 Dollar? Brauche ich nicht. Brauche ich ehrlich nicht. Warum wird er klein? Habt ihr das gesehen? Der hat sich einfach schrumpfen lassen. Gott, oh, oh, oh. Komische Gegner. Überall. Einen Schlüssel. Brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht. So. Geheimraum eventuell? Nö. Geheimraum eventuell? Nö. Geheimraum eventuell? Nö. Ach, gegen Pin will ich ehrlich gesagt nicht kämpfen. Tschüss. Ihr seid okay. Ihr macht ja keinen Schaden. Aber den Job mit einer Stoppuhr. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Tour of Clubs. Das können wir auch mal einsetzen. Was haben wir hier? Ein Range Up. Das bringt uns überhaupt nichts. Aber okay, wir haben eine Blume. Die haben wir zwar nicht von dem Range Up eben, aber wir haben trotzdem eine Blume. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich mag Blumen. Und dann können wir diese Ebene eigentlich verlassen. Haben leider kein Herz mehr gefunden. Nehmen aber natürlich noch kurz die 99 Dollar hier mit. Dann fühlen wir uns wieder ein bisschen sicher. Da kommen wir leider nicht rüber. So gern ich es auch wollen würde. Und das einzige, was wir noch machen könnten, wäre nach einem Geheimraum zu suchen. Aber der scheint ja aus irgendeinem Grund nirgendswo zu sein. Also, hallo Mutti. Eigentlich kann ich mich in die Mitte stellen. Weil ihre Stammattacke mich eh nicht verletzen kann. So... 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 Ach fuck, wieso zieht der auch noch ein ganzes Leben ab, frage ich mich. Egal, wir nehmen natürlich das Polar Voidy Voidy mit. Wir sind irgendwie doch nicht so schnell wie gedacht. Leider, leider, da hätten wir einen Imp, äh Gimp, Gimp, Imp, Tim, Chimp, bringt uns gar nichts. Wir haben nur noch einen Treffer, das ist ein bisschen blöd. Einen Treffer, ach Gott, das kann schwer werden. Irgendwie sind diese ganzen Challenges richtig hart, die neuen. Komischerweise. So, eventuell ist ja noch irgendwo ein blaues Herz, nee. Ich würde mich tatsächlich sicherer fühlen mit dem blauen Herzen. Okay. Nur nix überstürzen, dann ist alles gut. Die Bütze brauchen wir mal so gar nicht, oh Gott. Solange er mich nicht sieht, ist alles okay. Solange du mich nicht siehst, ist alles okay. Oh Gott. Gut, 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 gut. Irgendwo bitte mal ein blauer Stein und nicht solche komischen Steine. Oh Gott. Ein rotes Herz brauche ich nicht. Das Einzige Gute ist halt, dass wir so viel Schaden haben. Aber jetzt waren wir halt doch ein bisschen. Oh Mann, überall immer diese rote Herzen. Ich hätte so gerne, hätte ich. Oh Gott, ach, ich bin tot. So war es noch tot. Ich hätte so gerne, ähm, den einen Begleiter. Das wäre so gut gewesen. Gehen wir mal zum Joker. Was haben wir hier? Dürfen wir beides nicht mitnehmen? Wäre das das mal ein Lebensitem? Dann wäre das super gewesen. So allerdings eher weniger. Natürlich hätte er zwei Hits aus. Ja, mit einem halben Herzen kann ich aber nicht zu Mutti gehen. Kannst du vergessen, da kriege ich ja nicht mal ein Schild. Mhm, 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 mhm. Jo, also, mhm, tja. Sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Wenn ich ehrlich sein soll. Dann sieht das gar nicht mal so gut aus. Jetzt gib mir doch mal bitte ein blaues Herz. Irgendwo. Oh Gott. Das ist ein nicht so schöner Raum. War da irgendwo ein blauer Stein? Ich glaube nicht. Sonst wäre ich nochmal reingegangen. Aber so, dann eher nicht. Ach, der scheiß Raum. Na, wenn ich jemals keine Leben verliere. Ja, ich will nicht mit einem halben Herzen zu Mutti. Aber ich muss wahrscheinlich. Anscheinend. Das ist doch jetzt schon das Herz, gell? Ach, ne. Ist es doch nicht. Okay. Na dann. Ich habe sogar überlebt. Und wie viel Glück haben wir bitte, dass wir jetzt noch blaue Herzen bekommen? Und zwar so richtig viele. Okay. Ich habe gerade schon mit dem One abgeschlossen. Und dann kommt so Blatt. Den wir voll easy vernichten. Wow. Stimmt. Wir waren... Stimmt, stimmt, stimmt. Oha. Okay. Ja gut. Habe ich nicht wirklich was gegen. Geil. Hä? Wir leben, Leute. Wie... Wie... Wie können wir bitte noch leben? Hä? Total unlogisch. So. Ich werde mich hier mit keinem Gegnern aufhalten. Na kacke. Ich muss mich mit denen aufhalten. Das ist ja blöd. Denn ich will hier oben in die Arcade rein. Denn wir haben sowas von viel Geld. Das müssen wir einfach irgendwie einsetzen. Denn... Hi. Tschüss. Lackab. Wow. Wow. Wäre ich da fast gegen gelaufen. Das hätte uns ein ganzes Herz gekostet. Das wäre ganz schön blöd gewesen. Ah, ihr seid zu schnell. Ihr seid zu schnell. Habe ich gesagt. Geh doch einfach weg. Okay. Alles gut. Alles gut. Als ob ich hier irgendwie Leben verlieren würde. Wollen wir da ran? Es sind vier... Oh, komm. Vier Kisten. Muss ich mitnehmen. Hat sich leider mal so gar nicht gelohnt. Boah, also Bobby können wir auch mitnehmen. Macht uns ja eh keinen Schaden. Aber macht guten Schaden. So. So. Eine Bombe für euch. Eine Bombe für dich. Das wünsche ich mir. Kabam. 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 Ein blaues Herz. Juhu. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Komm. Nimm die Bombe. Nimm die Bombe. Okay. Hier. Nimm. Sehr gut gemacht. Alles klar. Du bist tot. Und wir dürfen hier endlich wieder raus. Schöne Sache. Haben keine Leben verloren. Hier bin ich ungern drin. Deswegen hau ich mal ab. Hier bin ich auch ungern drin. Tschüss. Hier bin ich auch ungern drin. Bye, bye. Ups. Falscher Weg. Tut mir leid. Bin nochmal da. Und jetzt sollte... Okay. Wir sind total falsch. Und wie gegangen ist hier irgendwo ein blaues Herz. Nö. Okay. Wollte dich nicht stören. Sorry. Sorry. Bye, bye. Ja. Sorry. Ich will hier jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Wenn wir es nicht verschwenden müssen. Wir haben jetzt genug Leben. Können hier überall durch. Umsonst. Okay. Hier nicht. Hier müssen wir tatsächlich mal kämpfen. Oh Gott. So. Na komm. Die wird auch wieder kleiner. Macht unsere Spinne irgendwie die Gegner ab und zu kleiner. Sieht nämlich irgendwie ganz so aus. Bup. 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 So. Brother Bobby. Sehr gut. Äh. Nicht Brother Bobby. Bobs Brain. Zählt Brother Bobby in die Brains. In die Bob-Sachen rein? Weil es gibt ja eine Bob-Verwandlung. So. Und mit Bobs Brain können wir sogar arbeiten. Das ist voll cool. Oh Gott. Wenn ich unter Stress bin, dann muss ich mir in die Luft sprengen. Es tut mir leid. Au. Ja. Wir haben alles geslowed. Stimmt. Wir haben doch eigentlich die, 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 wie heißt die? Ähm. Ich hab den Namen vergessen. Die Stoppuhr haben wir doch eigentlich. Die aktiviert sich jetzt nur noch, wenn man, wenn man einmal getroffen wird. Das wusste ich auch noch nicht. Was ist das hier? Ach, wir können zu Hasch. Cool. Wow. Will ich aber nicht. Oder? Will ich zu Hasch? Ich glaub nicht. Ach, guck mal. Da haben wir ein neues Lebensitem. Jetzt können wir es mitnehmen. Aber jetzt bringt es uns nichts mehr. Bisschen zu spät, noch ein Lebensitem. Aber danke. Aber danke. Aber brauche ich nicht. Wollen wir zu Hasch? Nee. Nee, nee. Dann sterben wir gleich noch, bevor wir die Challenge beendet haben. Das wäre eine schlechte Idee, glaube ich. So. Noch ein Leben dazu bekommen. Was haben wir hier? Du, eine graue Küste. Lohnt sich nicht. Hi. Komische Geister. Hi. Komischer Raum, wo nix drin ist. Hallo, kühle Dinger, wo nix drin ist. Das öffnen wir. Was ist da drin? Ein Damage-Up. Jetzt können wir mal nachgucken, ob wir mehr Schaden machen. Nö. Also der Schaden bleibt kontinuierlich gleich. Eine andere Frage ist vielleicht noch, wie viel Schaden das jetzt macht. Trotzdem nur 1000. Okay. Gut, ich hätte früher rausgehen sollen. Hoffentlich. Na, wir sollten das trotzdem überleben. Wir kriegen ja jedes Mal ein Schild. Und wie, ja, guck. Ja, ein Schild. Und dazu wird dann noch alles langsam. Also, eigentlich können wir es nicht mehr verkacken. So. Hallo, Satan. Ich glaube, er darf mich sogar einmal treffen. Weil dann wird wieder alles langsam. Da habe ich nicht wirklich was gegen. Ja. So. Tja. Hast dich jetzt selbst ernichtet, dadurch, dass du mich getroffen hast. So. So. Und die dritte Form kann uns gar nichts anhaben. Was sehr schön ist. Nur durch Berührungsschaden. Höchstens. Allerhöchstens. Aber hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wir haben gewonnen. Ja. Meine Trophäe. Goldene Bombe. Has appeared. In your basement. Yay. Wir haben endlich mal wieder eine Challenge geschafft. Wie viele haben wir jetzt schon? Drei. Drei der neun Challenges haben wir geschafft. Und drei haben wir nicht geschafft. Geil. Gut. Dann war das die Blum Bomber Challenge. Wir hatten aber auch richtig viel Glück, dass wir dann noch so viele Leben bekommen haben. Diesen Pyjama. Dass wir den bekommen haben bei The Blood. Jo. Aber sonst eine schöne Challenge. War auf jeden Fall knapper als gedacht. Aber haben wir ja geschafft zum Glück. Gut. Dann könnt ihr mir in den Kommentaren wieder schreiben, welche Challenge ihr jetzt nächstes haben wollt. Auszehre, Irul, Brains und Onanstrike. Also ihr könnt entscheiden zwischen Pride Day, Pay2Play, Speed und XXXXXXXXXL. Ja. Die kann ich noch machen. Die anderen mache ich in den Stream. Und wenn ich eine von den neuen Challenges, die ihr mir da vorschlägt, auch nicht schaffe, dann kommen die alle auch in den Stream. Versuche ich dann alle an einen Tag in den Stream zu machen. Was auch immer. Genau. Und dann würde ich sagen, morgen wieder eine normale Folge, beziehungsweise Greed Heart. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr lieber morgen eine Heart-Folge, also eine eine Heart-Folge oder eine Greed-Folge haben wollt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wird mich freuen, wenn ihr auch mal morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.